Fünf, Fabian Gauss geht aus dem Spiel. So, jetzt ist das Spiel erreicht, ihr habt es geschafft, diesmal Kreisliga, Passi! Ja, Mann! So, ich darf mal vorstellen, von links Jan Malte in der Mitte Marvin und rechts außen Malz Lüdo, ihr drei habt maßgeblichen Anteil an dem Aufstieg gehabt. Wie kommt euch der Tag heute vor? Kannst du reden? Nein, wir sind auf jeden Fall alle überglücklich, aber was wir auf jeden Fall an allererster Stelle sagen wollen, es lag nicht nur an uns drei, die Jungs haben alle eine überragende Saison gespielt. Ja. Und freut ihr euch auf die Kreisliga? Auf jeden Fall freuen wir uns. Entschuldigung, wenn der Käpt'n mal nach vorne treten würde und das eine Glas übernehmen würde... Ja, Volker, herzlichen Glückwunsch vom Aufstieg. In die Kreisliga. Wie nervös warst du heute Mittag vor dem Spiel? Wir waren ziemlich relaxed, aber man merkte schon, dass je näher der Anstoß rückte, dass die Anspannung halt da war. Ich denke mal, hat man auch so ein bisschen den Spiegel gemerkt, aber nichtsdestotrotz bin ich halt mächtig stolz. Wir sehen den ganzen Verlauf der Saison und wir sind verdient jetzt. Wir haben jetzt aber einen eigenen Fanclub mitgebracht. Ja, eure Zuschauer haben euch eigentlich auch über die gesamte Saison unterstützt. Soll man das so sagen? Also, das ist richtig erstaunlich, sag ich mal, was hier in den letzten Jahren gewachsen ist, sag ich mal. Das geht auch darin, dass wir halt, ja, viele Spieler aus Linkloss haben. Die bringen natürlich dann auch ihre Leute mit, ne, und so ist der Kern halt auch gewachsen. Und ja, da freue ich mich natürlich auch besonders drüber. Ich hoffe, der Verein auch gut zugute und die Außenstarle aus der Darstellung ist auch sehr gut. Wir hoffen jetzt schon die Planung für die Kreisliga? Ja. Kann man da was erwarten? Nein. Ich kann jetzt noch nichts sagen. Alles klar, ich danke dir. Bitteschön. Wir haben ja heute mit der reifachen, zweifachen, dreifachen Die Figur! Die Figur! Die Figur! Die Figur! Danke!